Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play League of Legends. Wie letztes Mal spiele ich letztlich für Jungle, sondern Bot Lane, Carry. Und da wollen wir uns mal losmachen. Ich habe ein bisschen gefaked mit Phirps. Korki geht mir aber auch gerade ziemlich auf den Sack. Kann man den nicht ausstellen hier irgendwo? Sprecherlautstärke. Ich höre ihn immer noch. Dieses Wie spricht immer noch. Ich höre nicht mehr. Ich höre gar nichts mehr. Dann wollen wir mal los spielen. Ich höre ihn. Korki geht mir. Korki geht. First Blood. Ich glaube, man merkt es auch. Ich bin jetzt eher im Jungle zu finden als irgendwo anders. Ich glaube, man merkt es. Oh, ja. Schade, schade. Ich gehe ganz mal. Ich gehe ganz mal. Ich gehe ganz mal. Ich gehe ganz mal. Ich gehe fast gestorben. Ich gehe ganz mal. Renekton gegen Renekton. Korki gegen Korki. Und Timo gegen Cassio. Das macht Sinn. Nichts. Nichts. Schade. 30 AP hat der Junge. 30 AP hat er sich in die geclose. A combo. 30 AP hat er sich in die geflose. 30 AP hat er sich in die geflose. 30 AP hat er sich in die geflose. 31 AP hat er sich in die geflose ins perfume. 40 AP alte Oh, er hat besser einen Kripp vom als ich. Er hat 6 mehr. Na okay, war glaube ich ein Kill. Bisschen abhängig. Dafür sind unsere Vernecken besser. Und hier spüren ich für den Schrott wie die Gegner vernecken. Die Alistair kann weggehen. Ich hab auch den Krim los. Ich mach das richtig gut. Irgendwo weiß wie das gehört. Ich hab auch den Krim schmiedeskab. Und hier ist ein Schmiedeskab. Das war gut. Ah, er ist echt zu gut, ey. Nein, lass ihn. Gut. Wenn er nicht auch passt. Nee, schade. Schade, schade, schade. Na, ja, okay. Das war erst mein erster Kill. Erdschung 2, oder? Ja. Das sind ja Vorteile sind wir jetzt schon. Naja, ich werde das Beste draus machen. Timo schafft es gegen die Kessie doch. Oh, richtig gut. Ich bin der einzige, der mit Krypton nicht hinterherkommt. Aus meinem Team. So wie die Jenna-Szene. Ich bin level 6 und jetzt schon level 7. Das muss ich aber jetzt sehr schnell aufholen. Und er ist schon wieder da. Was ist los? Ach so. Wieso habe ich mein Geh nicht mehr gehabt? Gut mitgeschalten. Ah, das ist ganz ziemlich schlecht von mir. Was ich glaube, ansteuere. Ich muss mich wieder bewegen. Wieso sieht er den? Stimmt, mir ist ein Wort. Ja, ich pass gar nicht mehr auf, ne? Naja. Toll, was ist das? Tchaik. Soll ich dich. Soll ich dich. Ah, der Korki ist um einiger. Naja, das bringt jetzt nicht viel. Ich weiß, dass man so Pottet sieht, naja, der hat bisschen Gold mehr bekommen als sie. Hier noch ein H-Sist dazu bekommen und sie haben Niets dazu bekommen. Bösen kill. 76 zu 47. Ich bin sicher. Hm, mehr auf Kader. Wollen wir lassen, oder? Naja. Egal. Egal. Ich glaube schon auch, wenn ich ihn mit Viertel setze, dann gemacht. Das muss ich gar nicht wissen. Das muss ich nicht wissen. Das ist ganz schön. Ich bring's heute ein bisschen vorhin. Hm, da sehen wir nicht. Das hat er bestimmt schon. Ich hab keine Chance gegen die. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass ich nicht meine Chance für mich sehe. Das ist das Ding. Ich bin sicher. Also muss ich das machen. Was ist das? Soll ich dich? Wie ist es? Wie ist es? Ich will zuerst glänze ich zuerst fälschten. Was ist zumindest besser für mich? Leben verlangsamt. Und er hat das unterbitten Schaden auf dem Skill. Das ist nicht so viel. Noch nicht Punkt. So einfach so. Ich brauche ich ja gar nicht geben jetzt auf Ordersführen. Das gibt's denn nicht, ey. Wieso, er... Ich verlier viel mehr. Und er hat das Glanz. Ich weiß nicht. Oder? Nein, er hat genauso viel. Mit Glanz. Das kann ich mir zwar jetzt nicht erklären, aber... Wie geht's? Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gleichgemacht ach scheiße sie hat nachdem ich meine Fitterstelle Ich habe trotzdem mehr Gold, weil ich 5 habe, ja nur 3, sind ungefähr 600 Gold mehr. Aber er hat Lebensraum. Wenn es auf der Welt ist, kann man das Geld noch ein bisschen machen. Wer hat das Geld nicht? Ich bin kein Geld. Zum Schluss, ich bin ein Geld. Ich bin ein Geld. Du kannst nicht, wie du es ist, wenn du es auf. Wie geht's? Ich verstehe, ich habe jetzt nicht mal einen Team-Kalimba... ... die Jax-Felder... ... das sollte ich mal... ... und dort! Doch nicht... Ich bin gestattet. Jetzt sind wir uns da mal so zu machen. Ah, schade, der Ard ist ja zweitig gerannt und da hat er gestorben. Ah, schade, der Ard ist ja zweitig gerannt. Es tut mir nicht so leid, aber es tut mir nicht so leid. So, jetzt kommen wir bald zu Ende. So, jetzt kommen wir bald zu. Nur noch ein guter Tiefgang. Da und dann zu Ende. Jetzt sind die Treppen, die vielleicht gar nicht wieder raus. So, jetzt kommen wir bald zu Ende. So, jetzt kommt der Aris da gerade. So, jetzt kommen wir bald zu Ende. 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 Oh. Wo ist das? Das wird's blöd von mir. Ich hab Flasche gleichzeitig den Wien gedrückt, das wird sehr komisch. Ich dachte, das war ein Feld, naja, okay, das ist hier fast so. Oder gleich. Obwohl ich mit schlechtem Kumpel nicht bin. So, und ich sag ihm heute wieder tschüss. Äh, das nächste Mal. Ich will mit der Explosion.